Guten Morgen, ich habe euch vor kurzem auf dem Laufen der Kalte wegen der SL-Studios, die jetzt sehr gut in Europa verteilt werden und es ist bombastisch. Wir können jeden Menschen, der bereit ist, an die göttliche Matrix andockern. Das heißt, wenn du bereit bist, die göttliche Matrix in deinem Leben nicht nur integrieren, sondern zu leben, dann bist du bei uns richtig. Du kannst dich melden, wenn du mitmachen möchtest bei den Studios. Auf der Homepage wird in Kürze das Programm erweitert, dass du dann siehst, wo welche Studios errichtet sind, beziehungsweise wenn du nicht vor Ort gehen kannst, kann ich dich auch rein energetisch, das heißt, mit deiner Daten in dieses Studio reinlegen. Wichtig ist, dass du dann parallel dazu daheim dich hinlegst und auch diese göttliche Matrix annimmst und wirklich bewusst auch lebst. Da ist ganz viel Wissen drin, auch körperliches Wissen, Vitalität, ganz viele Sachen, ganz viele Ursprünge, wie es eigentlich sein sollte im Körper, in unserem Sein, in unserem Leben. Ich habe mir vor kurzem die Zeit gegönnt und bin auch in die göttliche Matrix rein, für mich, für meinen Körper, für mein Sein. Es ist unbeschreiblich, unbeschreiblich, wie sich das anfühlt. Also wenn du Interesse daran hast, auch so ein Studio mit aufzubauen, die Voraussetzung ist, dass du natürlich auch die göttliche Wahrheit leben möchtest. Wir brauchen niemanden, dem um das Geldverdienen geht, sondern es geht einfach darum, den Menschen zu helfen, da oben anzudocken und das zu leben. Dann bist du bei mir richtig, dann melde dich einfach. Ich freue mich. Per WhatsApp oder auf dem Festnetz. Danke.